When the moon hits your eye, like a figure beats a pie, that's... Er verdient gut. Er ist charmant. Es klopft. Nur mein Herz. Und er ist ein freischaffender Auftragskiller. Auftragskiller, das ist gut. Da müssen Sie mich jetzt aber umblasen, wo ich hier kleines Geheimnis kenne. Umpusten. Richtig heißt es, umpusten. Mord ist mein Geschäftsliebling. Mit Rick Kavanian. Nora Tschirner. Stahlplatten im Schädel. Kommt Verletzung von der Wiese. Christian Tramitz. Axel Stein. Und mit mir, Bud Spencer. Eine Schreibmaschine? Verarschst du mich? Was soll ein blinder Mann mit so einem Ding? Wollen wir morgen Abend essen gehen? Auf keinen Fall, das wird zu nichts. Das kann ich gut enden. Also ja? Nein. Dann morgen um neun bei mir. Halb acht wäre besser. Eine mörderisch romantische Komödie. Mord ist mein Geschäftsliebling.